Zestrium GmbH ist als Technologiefirma Spezialist in der Entwicklung von Entmagnetisiergeräten und dem Anbieten von Dienstleistungen zum Thema Entmagnetisieren. Der hier vorgestellte Magnetfelderzeuger MGFE70 ist eine mobile Lösung zur Entmagnetisierung von unterschiedlichsten ferromagnetischen Stahlteilen. Das System besteht aus dem Leistungsteil MGFE70 und einer Spule. Das Leistungsteil ist in einem stabilen und leichten Rollkoffer verbaut. Die Spule wird aus einem oder mehreren koppelbaren Magnetfeldkabeln gebildet. Der Schwerpunkt liegt in der Entmagnetisierung von größeren Einzelteilen sowie ganzen Baugruppen und Maschinenteilen, wo praktisch nur mit flexiblen Magnetfeldkabeln effizient gearbeitet werden kann. Je nach Branche werden unterschiedliche Magnetfeldmessgeräte eingesetzt. An identischer Stelle können sich die Messwerte in Abhängigkeit vom Sondentyp und in Abhängigkeit von induzierten Erdmagnetfeldern stark unterscheiden. Mit dem MGFE70 und einem geschulten Bediener lassen sich Bauteile einfach und schnell auf die unterschiedlichen Anforderungen entmagnetisieren. Das Gerät MGFE70 verfügt über vier innovative Funktionen, damit Ihre Aufgaben bestmöglich umgesetzt werden können. Entmagnetisierung mit einer präzisen Sinusschwingung konstanter Frequenz. In Verbindung mit einer tiefen Frequenz ist dies die Standardfunktion zur Entmagnetisierung von größeren massiven Stahlteilen. Entmagnetisierung mit progressiver Frequenztechnik. Mit dieser Funktion lassen sich komplexe Oberflächen und kleinere Teile optimal entmagnetisieren. Eine Funktion zur Erzeugung von Gleichstromsequenzen ermöglicht es, Teile zu Testzwecken oder für Spezialanwendungen definiert magnetisch zu durchfluten. Mit einer neu entwickelten Funktion kann nach der Entmagnetisierung ein definiertes Restfeld dauerhaft eingeprägt werden. Bei bestimmten Anwendungen kann es von Interesse sein, ein definiertes Magnetfeld an einer definierten Stelle einzuprägen. Mit dem MGFE70 kann das Magnetfeld an so einer Stelle präzise auf nahezu Null oder auf einen anderen Wunschwert gebracht werden. Zestrium GmbH – Profis im Entmagnetisieren